Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wildstar. Ähm, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben bei diesem Ravenok-Hintern und haben ein paar Quests offen. Da müssen wir ziemlich weit da lang gehen. Hier müssen wir nur 16 Meter in diese Richtung gehen. Und, ah, stelle die EPV-Station neu ein, das sind glaube ich die Dinge da. EPV, EVB, genau die Station auf jeden Fall. Aber habe ich das nicht in der letzten Folge schon versucht und ich werde so weggeschleudert? Der Verteidigungsperimeter muss neu kalibriert werden. Die korrekte Sequenz steht im Benutzerhandbuch. Warnung, Regelverstöße können ernsthafte Verletzungen zur Folge haben. Kann ich es nochmal machen? Au. Kann ich sie angreifen? Nein, interessiert es gar nicht. Aber wenn das Handbuch optional ist, muss ich es doch irgendwie auch anders machen können, oder? Oder? Hm. Ich würde sagen, wir machen ja einfach erstmal eine andere Quest. Vielleicht finden wir das Handbuch, beziehungsweise ist das Handbuch vielleicht das, was ich erst da hinten gesehen habe, bei den Spinnis. Die Spinnis dahinter. Die wir erstmal tot machen. Oh. Na, lass mich. Okay. Das ist eine... Du musst freie Sicht haben. So. Okay. Das hat keinen Sinn, dass ich das gerade tue. Ich habe einfach nur Lust. Aber ich scheitere. Schade. Ich wollte einfach nur hochklettern. Das war aber die Betriebsanleitung für den Lastenaufzudingens. Das hat damit ja nichts zu tun, richtig? Richtig. Da sind Spinnen wieder. Wie cool, dass sie das angreifen. So. Ich habe sie mal von ihrem Leid erlöst. Was ist das? So, jetzt machen wir aber was Vernünftiges, nämlich Quests. Sammle elevarische Eldan-Relikte. Das ist hier unten. Ich habe sie mit Relikten sammeln. Die habe ich ja letztens im See auch schon so hervorragend gefunden. Und ich muss anscheinend die Schneckchen töten. Aber die sollten kein Problem sein. So, die Schneckchen hängen also mit den Relikten zusammen. Okay. Sind wir glatt aufgestiegen? Während wir sie platt gemacht haben? So. Machen wir mal den nächsten Schneckenhaufen klar. 46%. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Armra, wenn ich noch angreife. Na, lass mich raus, da. Nein, geht mir bloß nicht ins Feld. Okay. 60%. Wo haben wir denn... Ah, hier unten haben wir noch Schnecken. Auf einem Haufen wunderschön auch, ne? So, 80%. Wir kommen dem Ziel immer näher. Ah, hier ist bloß so eine riesige wieder. 86%. 86%. 86%. 86%. 86%. Wie hübsch eigentlich der Panzer ist mit den Blümchen und so. Dann steckt so eine fiese... ...Schnecke da drin. Oh nein, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. So, dort hinten ist eine Riesenschnecke. Beziehungsweise sind keine Riesenschnecken, aber die sind halt vom Level her. Beziehungsweise vom Anspruch mehr als vom Level höher als die. Und abgeschlossen. Kehre zurück zu Agent Varag. Das ist doch bestimmt wieder einfach nur dort oben. Beziehungsweise der Agent stand, glaube ich, auch dort oben. Wir schlängeln uns hier durch. Agentenfreund, wo bist du? Da bist du. Hast du die eldanischen Relikte aus Elevar besorgt, die ich zurückholen sollte? Okay. Kann ich eigentlich schon wieder was verkaufen? Rezepte. Ich hätte gerne einen... ...einen Bankschließfach, bitte. So, das ist nur Müll. Farbe. Den Rest behalte ich, glaube ich. Auch die Rezepte und die Energie gerne. Na, lass mich vorbei. Gut. Gegen was kämpft ihr hier eigentlich? Ich sehe die bloß die ganze Zeit aus dem Augenwinkel, dass sie dort irgendwas machen. Ah, okay. Gut. Diese Dinger... ...geben wir hier... ...irgendwie... ...muss man hier in einer bestimmten Reihenfolge schalten? Oder muss ich davor... ...etwas aktivieren, deaktivieren? Ich weiß es nicht. Ah. Wurde er erfolgreich rekalibriert. Ist das eine Reihenfolge, in der ich vorgehen muss? Wir töten mal die Spinnen. So, und du jetzt? Okay, die nicht. Jetzt ist die wieder... ...da. Dann machen wir die wieder aus. Und machen mal die weg. Okay, dieses auch nicht. So, Nummer eins. Dann haben wir... Stand hier noch eine? Nein. Dann haben wir die hier. Natürlich nicht. Dort bei den Vögeln ist da nur noch eine. Die hier hinten. Das ist ja die, die ich von hier aus sehe. Also kann es ja eigentlich nur die bei den Vögeln sein. So. Eins. Spinnen geht weg. Ich muss da hin. Zwei. Wir fangen mal wieder von hier drüben an. Und sagen drei. Das war so klar. Eins. Oh, ich hab's abgebrochen. Entschuldigung. Und die Nummer zwei. Dann bist du aber bitte Nummer drei. Das gibt's doch nicht. Die bei den... Die ist hier... Ist hier hinten noch? Ah, dass man... ...nicht durchkommen kann. Hier ist noch einer. Aber das ist doch... Ist es die, die hier hinten bei mir steht? Aber jetzt ist es die bei den Vögeln. Wir bringen jetzt zehn Minuten damit die Stationen. So, jetzt laufen wir wieder hierhin zurück. Aber eigentlich müsstest du's jetzt sein. Okay. Ich nehme an, dass wir... ...zu dieser jetzt hier laufen müssen. Halt, was haben die denn für Nummern? Ich hab gar nicht geschnallt, dass die Nummern haben. Ich bin also von der vier... ...zur zwei... ...zur fünf... ...zur drei... ...zur drei... Oh, ernsthaft? Man hätte doch ein Schema dahinter bauen können, oder existiert eins und die Sees nicht? Von der vier... ...zu zwei... ...von der fünf... Dann kann's ja jetzt eigentlich nur noch der hier sein. Und jetzt der hier hinten. Oder hab ich einen ausgelassen? Ist hier hinten nicht auch noch einer? Hm, den hab ich schon. Ich kann mir nicht mal merken, welche Einzelne ich hatte. Naja, ist ja egal. Juhu! Die war ja spaßig. Wie war der Code jetzt? 4, 2, 5, 1. Habe ich nicht irgendwo die drei auch zwischendurch gemacht? Wie dem auch sei. Interessiert uns nicht, wir haben's geschafft. So, junge Frau. Du schon wieder? Käferschocker. Die Kalibrierung der Absperrung ist abgeschlossen und wir haben eine wesentlich größere Chance einen Spinnenangriff zu überleben. Ich enthinte dir meinen Dank. Und damit bin ich gewöhnlich sparsam. Super. Ähm, was ist unsere nächste Aufgabe? Ah, das ist die mit den 400 Metern in der Richtung. Bezwinge... Goldstück. Das ist, glaub ich, das nächste, was ich gern machen würde. Warum ist der so blau? Fluffy! Und du? Coco? Und das sind nur trainierte Ravenok. Okay. Wir bezwingen Goldstück. Obwohl ich's ja mit Kämpfen nicht so drauf hab. Was ist das? Oh oh. Oh oh. Ah, Goldstück. Oh, er ist schon lieb. Okay. Gut. Dann, schon verschwunden, gehen wir das unserem guten Freund, Freundin, was auch immer es ist, Dio erzählen. Ach, da steht's ja auch schon. Aufsteigen? Wir können gleich wirklich darauf reiten. Hada, Hada. Der Name taucht diese Tage häufig in Gesprächen auf. Ja, sehr gesprächig. Was nehmen wir denn? Oh, hier wird die Schildkapazität erhöht und die Zähigkeit. Und hier Momon Brutalität. Hm. Ich find das, glaub ich, am besten. Der nehmen wir. Der nehmen wir. Ja. So, legen wir direkt an. Und haben mehr Leben. Wie das aber aussieht, wenn man auf diesem wunderschönen Ravenok jetzt, glaub ich, reitet oder was auch immer wir tun werden, nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten, wenn es wieder heißt, let's play Wyattstar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! scor